Hey Marie, ich liebe deine Videos. Ich gucke deine Videos wirklich 24-7. Ich bin ein Fan. Kann ich bitte den Anfang machen? Und damit herzlich willkommen zu wieder einem neuen Video von mir. Diesmal schaffe ich endlich mal wieder große Videos zu machen. Ich habe es irgendwie vorher nicht geschafft, weil große Videos sehr zeitintensiv eben sind. Aber da wir jetzt wenig Arbeit im Moment schreiben und die einzige deutsche Arbeit jetzt auch ausgefallen ist, dachte ich mir, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt mal wieder ein großes Video zu machen. Und zwar jetzt nicht alleine, sondern wieder mit Leni. Hi! Und da die MM2-Videos eigentlich ganz gut ankommen, machen wir nochmal ein MM2-Video jetzt für euch. Und joa, auf jeden Fall grüßen wir nochmal drei Leute aus meiner Roblox-Trippe, so wie in gefühlt jedem Video. Die erste Person, die ich für heute grüße, ist die Smash-Ofen-Kartoffel. Also ganz liebe Grüße, gehen raus an dich. Von mir auch ganz liebe Grüße. Die zweite Person für heute ist Charlie. Und ja, Charlie, ganz liebe Grüße, gehen raus an dich. Und die letzte Person, die ich für heute grüße, ist die liebe Dilara. Und auch liebe Grüße, gehen raus an dich. So, und da ich eigentlich gar nichts dazu zu sagen habe, würde ich sagen, starten wir schon mal gleich ins Video. Und ja, let's go. Bist du bereit? Mhm. Okay, let's go. Okay, also wir sind jetzt hier in dieser MM2-Map halt drinnen. Und ja, die Runde kann losgehen. Und wir gucken jetzt einfach mal... Oh, ich muss noch Lobby-Mose ausstellen. Ups. Okay. Wir gucken jetzt einfach gleich mal, wer gewinnt. Wir nehmen jetzt auch mal diese Map. Das ist jetzt Live-Aufnahme, ne? Ja. Hey, du. Bist du? Ja. Ah, denk daran, lass mich beleidigen, sonst wird's gespät. Meister. Wenn du Ui beleidigst, dann suchst du es rauszusehen. Okay. Beleid die Map eigentlich. Ah, jetzt. Oh, jetzt ist es so knapp nebeneinander. Mörder. Hi. Hoi. Hola, Migo. Ich mach jetzt hier ein... Ich wollte ja eigentlich auch Aufnahme machen. Hey, jetzt. Nein, das Aufnahme ist kaputt, deswegen haben wir das geküttet. Ich muss da nicht wissen. Ja. Oh, mein Schuh. Oh, mein Schuh. Das ist so leichter, aber auch wenn du bist. Geh weg. So. So geht das, Leni. Erste Runde, wenn ich wahrscheinlich noch werfen. Ich geh jetzt in mein Secret. Das ist nämlich hier oben. Hier an der Wand. Aber weh, wenn ich Mörder bin und du dich auf die Lament raus... Und ich tu mich dann... Weil ich kann mich nämlich irgendeine Sachen reinglitschen. Zum Beispiel hier. Ja, aber weh, du klickst auf die Lament raus. Ich sag, Leni kommt da halt nie rein. Ist das so. Ich versuch's jetzt einfach mal, weil ich's nicht kann. Okay, wir schauen mal, wo Leni ist. Du stehst an der falschen Wand. Welche Wand denn? Warte, ich zeig's dir mal in die nächste Rolle, weil die geht jetzt, ich glaub, eh gleich los, deswegen. Geh doch da rein, wo? Sherif, oh! Ich bin leider. Ich weiß! Hallo! Juhu! Oh nein, ich bin so gut. Oh! So! Wie! So! Wie! So! Ich muss jetzt an der Leiche abstaunen! Ich bin halt so gut. Ich bin halt so gut! Ich würd mich ja keinen bewegen, aber das tut mir. Ja, du bist halt schon ein bisschen angetfurtet. So welche Wand würde ich versuchen jetzt lieber, bei der weiß ich das nicht. Ja, bei der geht's ja auch. Muss ich auch noch drinnen. Ich muss auch noch drinnen. Hinstellen? Okay, ich bin jetzt auf die Wand. Opfer! Du musst so machen. Hä? Ja, du läufst halt durch diese Wand. Ja! Du musst halt so machen. ja halt guck du gehst ja da hoch und zeigt den tanz aus und dann witsch, ne watsch hat sich geschafft. Egal, die Hunde geht eh nicht los. Versuch's nochmal. Egal, egal, die Hunde geht los. Mörder. Boah, ich wechsle nach doch nur mal meine Waffen. Geht doch weg. Hier kann ich mich, hier kann ich mich auch richtig gut überall durchbacken, ne? Ich kann mich auch da hinten reinbacken, wo du grad stehst, ne? Jetzt kommt die gleich. Warte, bleib mal kurz zu stehen. Geh weg. Geh weg. Ich hab mal geschafft, durch die Wand halt so durchzuwerfen. Hm? Na fuck. Auf jeden Fall ist eine tolle Runde auf jeden Fall. Du darfst sie doch in den Bildschirm schauen, das ist asozial. Was darf ich nicht? Auf mein Bildschirm schauen, weil das ist asozial. Und du bist nicht asozial, wenn du die Schocken ziehst, die Wand durchzwitsch. Oder durchzwitsch. Jani, du schaffst ja ganz einfach von welches was anderes. Kannst nicht durch die Dingschießen, ne? Nein. Ich schmue das Schwert da weg. Oder triggern und so. Das ist wirklich unfair. Nein, ich kanns halt. Aber ich kanns nicht. Warte, ich will andere Waffen kurz aus. Ich hab vorher Shark Chroma getradet. Was? Darauf bin ich stolz. Auf Chroma Shark. Gegen drei von solchen Dingern. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut war für den Typ, aber ich finds toll. Cheyu. Ich hab das einfach auf Wellenset. Bei Baum. Guck, du musst an diese Wand hier. Und dann... Ja, aber ist es wichtig, dass ich so stehe? Ich glaub schon. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr so. Okay, egal. Von der sieht es. Geht's dir auch gut? Hast du gleich noch Süßigkeiten? Ich hab Hunger. Hä? Du hast warum gesagt, du tust dir eine Putz, weil du später eh nix mehr isst? Ja, aber jetzt ich hab wieder Hunger. Ich bin komisch. Es war so klar. Ja, meine Mutter hat den ganzen Wäsche-Kopf voll Süßigkeiten gekauft für Süßigkeiten, ne? Ja. Und ich leck mich auch auf. Ich hab mich gemocht. Hallo, ich bin halt einfach nur besser. Ich muss halt mal zitieren. Das finde ich nicht gut. Doch, ich schon. Ich bin jetzt safe schon bei 150. Ich hab nicht gecheckt, wie ich da auch weiterkomme. Ha! Ich war schon fast bei 100 Strich M. So bei 200 Dings. Bin dann eh draußen. Du kannst auch hier durchblitchen, ne? Ich versuch's mal. Na hin, das geht doch nicht. Warte. Doch, es geht safe. Ich kann mich da nicht durchblitchen. Das geht immer in die andere Richtung. Ja, ich hab's geschafft. Hallo. Hallo. Oh, ich müsste gleich noch mal ne andere Intense zeigen. Sheriff! Hallo! Du Eule. Du Flameo. Hey, was ist das? Ach so, das kenn ich. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Oh, Scheiße. Das ist gecheckt. Ja. Ich weiß noch nicht. Wie bist du? Bist du? Ich weiß noch nicht. Oh mein Gott, ich bin da noch drauf. Oh mein Gott, ich bin da noch drauf. Oh mein Gott, jetzt finde ich mich halt richtig krass, ne? Wie? Also Autogramme gibt's später. Was ist das? Wie? Ich bin halt einfach mal krass. Nein, das ist für mich. Doch. Nein. Er steht bestimmt schon 17 zu 0. Das haben wir noch nicht mal. Nein. Dann steht halt 6 zu 0. Oder keine andere. Warte, ich zeig doch gleich meine Tense. Komm mal her. Ich zeig die dir jetzt. Nein. Doch, guck mal. Guck mal, den tanzen wir immer in der Pause. Den hier. Das wird wirklich immer in der Pause. Ja. Den meinte ich, den ich immer probiert habe vorzutanzen. Warte, der Tanz ist voll schön. Warte, es gibt noch den anderen Tanz hier. Warte, ich setze ihn gleich. So. Mörder! Warte! Bin ich? Gut für dich. Gut für mich. So, dann suchen wir mich doch jetzt mal gleich, ne? Ich seh nicht, dass nur den Linken dran steht. Ehe, so. Ich entzelt mir. Ich will. Ich bin euch gut. Gerne Pins. Den jumphörber. Eheh. Fack. Äh, ne. Jetzt muss es gleich Zinsenfashen. Wohohohohohoho. Mann! 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 Ach Gott, Leni, als ich noch so klein und unerfahren war, habe ich die so viel da auch noch gemacht. Okay, ich zeig dir jetzt meine Dances. Bleib mal kurz stehen. Guck mal, dass der andere tanzt. Was? Wo ist das denn am Ende? Ja, den wollte ich lieber nicht in der Klasse vorführen, weil wir haben tags immer unsere Tanze. Unsere Di-Roblox-Tanz in der Klasse. Wir haben Leni und ich vor der Pause. Den hier inventieren ich und Leni. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Was machen wir denn für 4Wheel immer an der Pause? Unsere Klasse in diesem Tanz und schreien das Gebiet im ganzen Raum. Unsere Klasse dann so. Sheriff, ich darf wieder gewinnen. Stopp, wieder gewinnen, Leni. Das bringt halt so gar nichts. Egal. Deine Mission ist so dumm. Egal was du machst, du bist verkackt. Ja, ich will das erfahren. Nein! Ja! Ich war sehr drückt. Ich bin hochgesprungen, ich sterbe! Du bist hochgesprungen und ich bin hochbegabt! Ja! Das stimmt nicht! Hattest du eigentlich noch mal in Englisch? Was hattest du in Englisch? Guck mal an! Hast du dein Elternbruch für die Zeit? Ja. Aber die fanden nicht schlimm. Opfer! Die Hälfte der Klasse. Ich weiß. Wir hätten halt so Englisch jetzt, aber hättest du so geschrieben? Ja. Das müssen wir halt noch unterschreiben. Hätte ich gelernt, hätte ich wahrscheinlich eine bessere Hose. Aber habe ich gelernt? Nein! Hä, hast du nicht gelernt? Nein! Ich hab zwei oder drei Stunden gelernt. Aber Englisch ist gar nicht so schwer eigentlich, aber egal. Ja. Ja. Ich bin Sheriff. Nein! Ich darf gewinnen! Ich bin Sheriff, ne? Besser? Ja! Nein! Nein! Jetzt kannst du sagen, dass du willst. Ich wollte die Treppe nicht. Aber ich bin so klasse. Ich weiß. Seine Leiche! Ich kann sagen, dass du wollte. Oh, das ist. Ich bin recht Pro, ne? Was ist das? Riese macht die nichts. Das kann doch nichts sein! Nicht doch! Endlich übrigens können wir mal ganz kurz darüber reden, dass ich einfach sehr gegen Frostboiler getradet hab. Hallo? Du wusstest nicht mal, ob das gut war. Du hast mich angerufen und hast gesagt, Marie, ist das gut? Ich hab doch keine Ahnung! Nein! Sie hat gesagt, nein! Dabei weiß es nicht die andere Person. Ja. Sie hat keine Ahnung von einem und zwei Wochen dieses Verblöse-Dings. Ich weiß, dass Eiswink nicht so gut ist, aber ich hab Eiswink trotzdem gewollt. Ich hab Eiswink drei Mal. Krass, ich hab Eiswink einmal. Krass. Ich hab keine von meinen Waffen dafür nicht. Hey, Fluffy, ich bin Mörder-Dancing! Nein! Nein! Du hast ihn nicht gerade vergessen. Ja, das ist Mörder. Mhm. Das war so super. Krass. 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 Kloppt, ne? Ich hab jetzt nicht so gestillt. Nicht so, dass ich gar einfach x-rayen kann, ne? Oh mein Gott! Stand ist ganz knapp. Hier, schau. Bestimmt! Nee! Bestimmt! Doch, ich bin nur gut am Werfen. Nein! Ich bin nur gut am Werfen. Du bist echt! Ich bin gut am Werfen, nur schlecht am Ausweichen. Nee! Oh, hast du noch welche da? Nee. Ich hab's in der Packung getrun. Ach, ich hab's in der Schienlager. Ach so, ich hab vorher auch etwas in der Schienlager drauf. Was? Meine Mutter hat so eine Packung, das muss ich später zeigen. In dieser Map kann ich gritschen. Hallo, das ist die Scheiß-Map von allen. MN sind zwei noch besser. Schau mal, wie groß ist er? Ist er noch besser? Ich schwör, das ist richtig geil. Ja. Das sieht so cringe aus. Ja, das will ich ja auch nicht drinnen. Oh, das hängt da hinten so ein Ding wie keine Ahnung was. So eine Holzacke da draußen. Wieso? Zum Bäume fällen. Leni geht jetzt Bäume fällen. Ja, besser als mit dir, um zwei zu spielen. Ja, finde ich nicht. Merda! Komm, deine Hand doch wirklich schickert. Nein, Anna! Doch! Nein! Lass das jetzt, Leni! Das ist asozial. Dann lass es. Die schiebt gerade meine Hand weg. Ich hab ein Ohr, so ein Baby. Von meiner Großmama heißt Lila. Die Schöne. Ja, fuck. Hör auf zu gucken. Nein. Ich guck nicht. Du Arschlochinte. Ja, Digga, ich guck nicht. Ich bin ja, Digga, ich hab's ganz krass als Arschlochinte. Ich glaub, das ist ein Problem. Aber nicht viel. Du bist so krass als Arschlochinte. Hör auf zu gucken! Lass mich! Du bist so ein Kämp... Nee. Ich erfinde jetzt ein neues Wort. Cooker-Camper. Cooker-Camper? Nein, nein. Nein! Braucht er seine Möglichkeit verpassen, mich aufzuknallen, ne? Die will mir einfach selber! Was? Bei mir! Oh! Nee, du reinkommst gar nicht so unauffällig! Das war grad richtig unma... Ich war eigentlich nicht so ein Kämpfer, ne? Ich war grad richtig unausversehen, weil ich ihn grad diskutieren muss. Ich bin ja leider ... Ich hab kein Bock mehr. Vor allem das sogar unabsichtlich. Doch. Nein. Sie ist beleidig. Ich bin noch ein bisschen gewöhnlich. Können wir das noch ein bisschen gewöhnen? Nein, ein bisschen gewöhnen. Ich kann dir das nicht. Auch wenn Prismatik hat gar nichts mehr rausgekommen. Chimals Workplace. Nein, Chimals Base. Nein, zu spät. Schenkst du mir dafür? Nein. Weißt du gar nicht? Nein. Wieso nicht? Weil du wieso nicht mehr zurückgehebst. Hallo? Was habe ich eben gefühlt? Ich nehme jetzt andere Waffen. Ich nehme jetzt Schwedisch. Ich weiß nicht, ob ich das cool oder schlecht finden soll. Ich habe Papa, meine Ausmama heißt... Ich habe meine Schwester, dadurch hat sie es gehört. Beziehungsweise habe ich jetzt auch ein Waffen. Ich habe keine Ahnung. Was ist eigentlich dein Problem? Ich habe keine Ahnung. 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 Das hat's richtig. Das bringt ja auch richtig viel. Aua, der hat mich richtig gefühlt. Jetzt hör auf, das tut weh, Katze. Er hat ihn programmiert. Damit hätte ich keine Jogging-Rose an wie du. Wieso hast du nicht die Jogging-Rose angezogen bei unserem Partner-Lookout? Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Oh mein Gott, wir spielen schon 16 Minuten. Die Leute fühlen sich jetzt etwas angemobbt. Hast du mal deine Füße da weg? Nein! Die stinken! Nein! Du Stinkelkäse. Wie ist der Stinkelkäse? Lia ist der Stinkelkäse, okay? Wir einigen uns jetzt darauf, Lia ist ein Stinkelkäse. Lia, wenn du das hieß, liebe Grüße gehen an den Stinkelkäse Lia. Nein. Wir haben seine Füße da weg, die Träger nicht. Hallo! Ich weiß jetzt schon, dass es keine gute Idee ist. Mach ich es trotzdem, ja! Bringt es dir was? Nein! Oh Gott, hab ich mal getroffen. Danke. Deine Idee. Ich hab keine Ahnung. Du bist ein richtiger Spam. Das nicht! Scheiße! Ich hatte so... Mal eine Hitbox! Meines gibt ja da hinten. Ja! Einmal! 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 Nein! Weil du ein Spamjumper bist! Bist du ein bisschen scared? Das ist, weil bloß Spamjumping passiert. Hey! Ich spiel jetzt immer so. Aber nicht Spamjumpen! Das ist richtig asozial. Ging bei anderen Leuten, die noch leben wollen. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Doch! Das darfst du nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen! Ja! Ich hab nicht gelogen. Ich hab nur gesagt, dass ich diese. Ja, aber das darf ich wegen Beleidigung zensieren. Weißt du? Ja, das darf ich nicht sagen. Das ist nicht mein Problem. Ich melde dich damit. Aber ich krasse mir nicht was. Weil diejenigen hatten auch einen Youtube-Account. Ja. Hallo! Hallo! Keine Ahnung. Ich hab im Augenblick davon besser. Aber ich bin die Packs. Vielleicht soll ich wieder rausgehen. Dinger, schau nicht! Ich hab nicht geschaut. Nee, gar nicht. Sie klopfen so ohne Riechbombastik. Ich bin ja auch scheiße. Ich bin scheiße. Hast du mich so kraft gekriegt? Ja! Ich bin eben gut in Spamjumpen. In Spamjumpakin bin ich einfach nur bombastisch. Du blubber Hähnchen-Schenkel. Lass das jetzt. Dann bist du mit dem Hähnchen-Schenkel. Dann bist du mit dem Hähnchen-Schenkel. Ja, sag mal was du mit diesem iPad gemacht hast. Ja, die steht da. Es steht sein Leben. Okay, lass das. Du blöd. Krass. Und hier ist die Serie. Ich mag ja Ende. Ich glaub ich noch nie mehr davon. Ich ja. In Ordnung wie der heißt. Krass. Netflix? Nein. Ich hab kein Netflix, du dummes Kind. Steeeeeeeben. Aber wo dann... Auf das Neue. Ja. Ich tu.. Ich tu... Bring me back to your little bar. Ich bin am Bambusbaum. Lorena, wenn sie ein Huhn macht. Hesse. 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 Okay, Leute, an dieser Stelle müssen wir jetzt leider das Video beenden, da ich dummes Kind auch so sehen, wie ich schon mal von der Mutter brauchen habe. Und wir sind eh schon fast bei 20 Minuten. Oder sind schon drüber sogar. Und deswegen beenden wir jetzt einfach mal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Lena, möchtest du auch noch was sagen? Ja, es war sehr schön, dass ich es jetzt einmal gewonnen habe. Ja, es hat einmal gewonnen. Richtig krass. Okay. Tschüss. Tschüss. Titta. 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 Vielen Dank.